Darf ich Sie mal fragen, wie Sie es heute fanden? Ach, super, ganz fantastisch! Wir können dann ein Köhler persönlich, persönlich, persönlich! Das war scheiße wie immer, so ein Kaspertheater. Wer denkt sich denn sowas aus? Entschuldig, Junge, also es geht gar nicht! Ich hab sehr gelacht, ja! Was wünschst du, ist denn eher auf Köhler oder Streckenbanken? Eher auf Köhler! Geil! Ja! Spitze! Ich kenne die Lieblings-Kreis! Nicht nur noch die Lieblings-Kreis, werdet ihr georten! Ich hoffe nur, ich werde noch niemals sehen! Vielen Dank! Ich wollte nur noch die Lieblings-Kreisner. Ich sprach nicht! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.